Ja, guten Abend. Ein Taxi bitte in die Akazienstraße 32 zu Fuchs. Danke. Danke. Wann kommt euer Taxi? Fünf Minuten, haben Sie gesagt. Schade, dass ihr schon gehen müsst. Unser Babysitter bringt uns um, wenn wir um Mitternacht nicht zu Hause sind. Jedenfalls schön, dass ihr da wart. Ich hoffe mal, du bereust es nicht, deinen Dreißigsten bei uns gefeiert zu haben. Ach, woher? Noch einen Schluck Wasser vielleicht? Jemand? Nein, danke. Ich hatte schon. Nein, danke. Ich habe mir fest vorgenommen, die Woche nur Alkohol zu trinken. Wo sind denn eigentlich die Limetten? Ach du Scheiße. Der Capirinha. Das haben wir ja total verpinnt. Ach, das macht er nicht. Das trinkt man andermal. Die wollten wir doch vor dem Essen machen. Ach du Scheiße. Das Essen. Ich bin ja so blöd. Ihr habt gekocht? Klar, seit Tagen ist Markus nur mit seiner Hände beschäftigt, weil wir gedacht haben, dass das kalte Buffet nicht reicht. Ah, das wird unser Taxi sein. Oder die Geburtstagstorte. Scheiße, da haben die die ganze Zeit gewartet. Geburtstagstorte? Das war mein Stichwort, oder? Da hat jemand was gesagt unter dem Vorhang. Ach, ach Gott, der arme Harry. Wer ist der arme Harry? Na, DJ Harry. Den habe ich extra gebucht. Sorry. Aber über das Mau Mau spielen habe ich alles vergessen. Ach, der sagt ja verrückt. Wenn wir das Frank und Rabea erzählen, oder? Ah! Frank und Rabea. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Ben. Happy Birthday to you. Sorry, ich habe euch total vergessen. Seid ihr schon lange da drin? Ach, ist doch egal. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Komm, lass dich umarmen. Taxi? Ja. Für uns. Willkommen. Hast du eine kleine Partie? Ja, ich. Part 2 Boss. Ich bin. Okay. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Fertig. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.